Herzlich willkommen zu den diesjährigen Orgelkonzerten im Osnabrücker Dom. Ich freue mich sehr, Sie erstmals als Domorganist von Osnabrück zu unserer traditionsreichen Konzertreihe der Domorgelmusiken begrüßen zu dürfen. Freuen Sie sich mit mir auf fünf Orgelkonzerte der Extraklasse an den beiden Orgeln im Osnabrücker Dom. Die Konzerte beginnen ab dem 25. Mai immer mittwochs um 19.30 Uhr. Jeweils ein Konzert spielen unsere beiden Gastorganistinnen Mona Rostest-Wenzküte aus Bremen und Natalia Sander aus Detmold. Außerdem ist mein Vorgänger, Domorganist Dominik Sauer, dabei. Und auch ich selbst greife beim ersten sowie dem letzten Konzert der Reihe in die Tasten. Also, ich hoffe, wir sehen uns ab dem 25. Mai. Ausführliche Informationen gibt es im Internet. Ausführliche Informationen gibt es im Internet.